So, wir queren gerade die europäische Wasserscheide, oder eigentlich die deutsche Wasserscheide. Wir haben gerade die deutsche Wasserscheide überquert. Ab jetzt geht es immer Richtung Südosten, den Bergen ab. Bis jetzt ging es nach oben. Ja, eineinhalb Tage, zwei Tage stehen uns noch vor. Ich hoffe, das Wetter bleibt jetzt so, wie es jetzt aussieht. Leicht bewölkt, sage ich mal, aber es ist wenigstens trocken von oben. Wir hören uns.